ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Junge ich hab Jaguar Alter Er ist komplett beschissen GAAA Geil Danke Gamberl Bitte Krieg's hartes Racing zurück du blöd Mann Als ob wir zu dritt hier nebeneinander LOL Zieh mal ab jetzt hinter mir Jetzt wartet der Sack mal nicht mal auf mich wieder Ich werde in der letzten Runde reinhalten, wie ich es noch nie getan habe. Ich bin einfach 2-0 vor uns mal. Yo, Schätzke hat mich getötet. Was ist das denn für ein Güterzeug? Oh, Schätzke wurde weggerollt, Junge. Alter, ob ich da vorbeikomme. Was kann ich denn jetzt dafür? Alter! 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 Boah! Nein! Oh, nee! Da ist Bump! Goal! Alter, einfach im Rückspiegel. So ein blauer Blitz, der da durchfliegt. Wo willst du hin? Weiß ich nicht. Da ist Bump! Was ist das, Junge? Was ist das? Ich hab ne Stange mitgenommen. Erstmal Pole Dance. Das geht nicht dein Ernst jetzt, Mann. Oh, wer schiebt mich denn jetzt an? Er ist schon von Geld abgeräumt. Von Geld. Von Geld, Junge. Er ist ja wirklich von Geld. Oh, er schreibt Dollarzeit! Ich bin nicht dein Ernst! Ja, geht! Geil! Er heißt von Geld und schreibt Dollar. Moin! Was soll das denn jetzt werden? Jetzt kann ich nicht aufs Gas gehen. Jetzt kommt Kampal! Nee, nee, nee. Das kriegst du zurück, Biermann. Alter B-Bahn! Jetzt kommt der Nächste, der hier rein bleibt. Wie so'n Schissen macht. Bitte gönn dir den Mercedes! Ich gönn mir Dich! Und nicht nur Dich! Außen ist zu heute! Ja, wenn Außen zu ist, nehm ich die Innenbahn. Ja, du musst mir auch ein bisschen Platz machen, Alter! Oh, warum parken die Leute? Dafür bringt er dich um. Du Arsch! Du Arsch! Du Arsch! Du Arsch! Du Arsch! Du bist nämlich komplett verarschen, oder was? Ich möchte den immer ausdrehen, wie den Porn. Alter! Sei denn komplett hohl, oder was? So, jetzt aber ein bisschen. Bisschen seriös. Nee. Ja, okay Jansky. Alter! Da war seriös dann schon wieder vorbei. Die passt! Ach du Scheiße, das passt ja wirklich! Das passt! Hahaha! Jaaa! Clip das für dein eigenes Video! Hör mal diese Drehzahlen auf! Clip das für dein eigenes Video, Biermann! Alter, jetzt fahr doch du ausgenuckelter Seifenspender, Mann! Das kann man sich mit... Oh! Junge! Nein! 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 Innen ist Sumi, Junge! Nein! So machen wir nicht! Und wie wir so machen! Weil du mich angeschoben hast! Jaaa! Oh, mein Gas klappt! Mein Gas klappt! Ah! Hahaha! Was ist das denn?! Alter, das wird ein richtig guter Clip! Alter! Oh, Leute! Oh, Jansky, Mann! Ihr scheiß Honda-Fahrer, geht mir auf den Sack, ey! Nein! Nein! Uuuuuh! Ohohohohoho! Alter! Aaaaaaah! Oh! Hallo! Leute! Leute! Das ist hier keine Einladung jetzt! Hallo! Hahaha! Da ist das! Schröder, Fahr! Boah! Ach, jetzt soll ich fahren! Du pimmelst da 36 Runden neben dem rum! Weißte! Dann zeig ich mal dir mal, wie man da vorbeifährt! Jetzt kommt da so ein Jansky ein, reingeflogen! Boah! Alter! Jau, jetzt gibt's gleich den Angriff in Turn 1! Die Frage ist doch von wem! Von wem? Von dem Porsche oder vom Audi? Alle greifen jetzt an! Alle covern einfach eben! Ach du Scheiße, da steht einer! Oh! Ich bin schon spät! Jansky! Wenn du nicht mehr willst! Jetzt müssen wir glaube ich ein bisschen was aufarbeiten, was hier heute passiert ist! Was ist denn jetzt passiert? Alter Schwede! Oh! Lol! What should I do? What? Oh, das ist Forsberg! Nein! 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 Weg, 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 weg! Was hab ich getan? Nein! Nein! Ich wollte schräg in dich rein! Ah, Weelspin! Ah! Nein! Nein! Ja, Beschleunigung! Ja! Jansky! 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 Ich hab's für Angst gemacht! Ne! Wie ihre Angst hat! Oh merkwürdiguum, dein Weg das ist. Hey, ich will das! Du Niete! Weg hier! Jetzt hat er mich vollkommen ausgetrickst. Und er da essen wollte, einfach nicht. Oh man! Nicht um die Kurve. Ah! Du fährst doch! Du fährst doch! Der Weg! Der Weg! Hast du mich noch getroffen? Ja, natürlich! Natürlich! Wie er dachte, er wäre in Sicherheit schon selber in die Wand gefahren. Scheiße, Hütchen. Anders, hier, anders, hier! Nein! Aua! Hab ich noch, hab ich noch, hab ich noch. Nein, hab ich noch. Alter, hör auf dich zu drehen, du Mistkabel! Gambal, was machst du? Oh, ne, ich hab mich gedreht. Dabei abgewürgt. Ein Typ kann nichts, ne? Nein, abgewürgt. Und ich gedreht. Gambal, was machst du denn? TC1 ist gar nicht so geil, aber... Lauf, wieder abgewürgt. Wieder abgewürgt! Ja, ich hab zwölf Liter. Stark Gambal. Oh! Gambal! Komm, Schröder, fliegen wir! Nee! Alter, ist ja immer... Oh! Ach du Scheiße! Loll, nicht getroffen, ja? Mein Klo, der... Wie bist du da durchgekommen? Sauber, Schröder, sauber, Schröder! Ich hab ihn wieder gerade gerettet, das war kein... Unfaire Manöver. Jetzt hab ich ihn querste... Ja, aber... Alter, ganz! Da parkt er! Jatzky! Meine Güte... Alle... Alle Cheatler jetzt mittlerweile hier raus. Alter, fahr doch in die Kurve jetzt! Ja, nicht doch. Junge, Gampfer, du Dirty... Alter... Nein! Nein, die Fahrt mal ordentlich. Ja, das war nur... Au! Ja, was ist denn die Karre, du Affe? Ach, du Scheiße! Alter, was passiert hier denn? Jansky, was tust du? Ich war in, ich hab damit nichts zu tun. Das war nicht, das war echt. Alter... Ach du Scheiße, das war echt, das war echt. Das war echt, das war echt, das war echt du. Ja! Ja! Mein Gott, Alter. Ich bin doch komplett in hier, du Affe. Und Jansky übernimmt die Führung. So lasst. Wer hat das gesehen, Moritz? Naja... Naja... Ich kann ja nicht in meinem Fahren schreiben, der Moritz. Das ist doch so einfach. So, Dive, man! Wie passt? Ah, Quersteher! Gampal! Junge, du parkst da auf einmal! Junge, ich hatte einen Quersteher, was ist denn mit dir? Wieso zieht denn der Honda mich ab auf der Kran? Was ist das denn? Also, es ist ein Honda... Es ist ein Bombi! Geht er ab wie Sau! Junge, der fährt an uns vorbei, was ist denn das? Mit der Porsche, richtig? Junge, wer ist da eigentlich auf 4? Und Biermann, kannst du bitte einmal den Namen vorlesen? Genau. Oh! Stopp! Stopp! Achtung! Stopp! Stopp! Achtung! Junge, ich hab den Namen gegeben! Ja, ich hab mich verbrannt! Junge! Junge, wie oft willst du mir jetzt da noch in die Kiste fahren, man? Ist das Divebomb oder nicht Divebomb? Okay, Divebomb! Lol, Jansky! Du hast gesagt Divebomb! Alter, nicht hier mehr! Du willst so auf Hilfe, Alter! S-E-C! Nein! Junge, was ist mit dem? Das ist die Wachsenausfahrt, ne? Junge, was ist mit dem? Jetzt fahr mir... Nöp! Stopp! Ich mein, hat man keine Augen, um irgendwas wahrzunehmen? Oh Junge, jetzt bin ich aber ordentlich am Kurbeln hier! Wenden in 10 Zügen! Warte? Also... Warte! Komm, jetzt aber! Du hast ja noch Platz! Ah, das reicht nicht! Ich muss noch einen! Junge, Püttle mit Tattooese! Bist du ein Dummkopf, Alter! Boah! Junge, wie los bist du? Sauber, Schätz! Ah, ich hab mich gemäßt! Ich hab mich eigenständig entsorgt, ohne noch jemanden mitzunehmen! Wie du mir einfach den Weg freigemacht hast, dadurch die Spidey geradeaus gefahren sind! Ehre! Das Gute ist, dass ich einfach ruhig angehen gelassen hab und einfach jetzt immer noch hinter euch bin! Top Schröder! Junge, du bist komplett beschissen oder was? Ich hab einfach den langen, wo du stehst! Zum Beispiel! Janski! MAAA! Nicht Miii! Junge, Schätzke, du Trommler! Du Könner! Oh, das ist mir völlig egal! Umgebackt! Das kriegst du zurück! Was ein Karma! Das erinnert mich an diese Scheiße aus Silverstone, wo du dann in die Boxen ganz abgewogen bist! Alter, du Rentner-Ferrari! Wo ist Biermann? Wo ist Biermann? Wo ist Biermann? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich hab die Überlegung mehr, komm! Warum? Oh! Au! Was ist das denn? Gambal? Ich schwöre, bei mir kam irgendwas von innen! Ja, der BMW, in den du reingefahren bist! Nein, nein! Das wär ganz komisch! Junge und Gambal, du hast immer die besten Ausreden, wenn du hier mal reinfährst! Da kam irgendwas von innen! Diesmal, diesmal ist es wirklich keine Ausrede! Alter Porsche! Ich weiß auch, dass da ein Porsche war! Ähm, Gambal! Loll, Leute! Junge, also ich hätte fast einen von euch umbringen müssen! Das ist ein Pionger, der größte Kahn ins Start! Ach du Scheiße! Was parkt der Sky Ferrari da? Hallo! Digga, ich war aber der Schnellste! Ach du! Ach du Scheiße! Oh, Porsche ist tot! Junge, wirklich jetzt? Du wirst auf jeden Fall verunfalt! Au! Ernsthaft jetzt? Das war so nicht geplant! Das war so nicht geplant! Und? Dive Bomb oder nicht? Okay, doch! Nein! Nein! Sorry! Sorry! Hier Mann! Ich folge dir! Egal wo du hinfährst! Loll! 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 Mach was falsch! Du musst hier viel weiter ausrollen! Und hier viel enger fahren! Oh! Damit du hier so perfekt durchkommst! Oh! Sieben seht du schon ein Stück für'n Deiter! Aber es könnte reichen! Das sah aber instinktiv nach seiner Hauptlinie aus! Wow! Wirklich jetzt? Ich glaube, ihr habt ja derselbe Typ! Every fucking race in Caps' Club beschrieben, der das auf eben! Oh! Nein! Ich folge euch einfach! Au! Eieiei! Und rein! Loll! Aua! Ähm! Loll! Loll! Ähm! Was haben wir da grad gesehen? Loll! Ein junger Mann! Nein, nein, nein! Junge, ich dachte, er rät sich jetzt vollkommen ein! Oder bleibt er stehen? Ähm, Jansky, warum hast du ihnen nicht zugemacht? Ah! Deswegen! Dann ist das gut! Du authoritarianst von KPMs von Pecker. Ich sehe er in die сейчас, das mal zu grievanend ist! Sind dort war esじゃない! So ist das so sinnvoll mit einer solchen Studienbe при夫mann und Söder! Im KPMs angehört, wöати sich mit Kanal und Söder! Und da sitzt auf. Nach statute ist eine Becausedam von mir übern kelle Hüимиbe der Könige. Mit ihr vorweg, λ precipitieren kann sich Oper owned autorzieren! Ich bin halt ein fairer und ein guter Fahrer. Achso. Das ist einfach nur eine Vorlage um 10.000 Clips hinten dran zu hängen, wie du irgendwelche Leute abräumst. Ja, neuer Gumball-Teil. Nein, das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt gleich, dass er sich innen daneben und räumlich voller Kammer ab. Oh, Gumball. Gumball-Lopez fährt wieder raus. Oh nein, ich muss hier weg. Dann schau ich ihn gleich auch aus. Au. Und er macht wirklich den Hamilton. Er macht einfach den Hamilton. Junge, kannst du mal bitte dieses Heck in Ruhe lassen? Schon das zweite Mal jetzt in zwei Rennen. Das war doch. Ja, kann ich nicht, wenn hier vor mir so ein Trödeltrupp ist. Oh, ein Porsche abgebogen. Ach du Scheiße. Porsche bitte. Nein. Ach du Heiße. Junge. Boah, schnell durch. Ich hab ihn schon in irgendwen reinfliegen sehen. Und zwar tendenziell ich. Boah. Und rein. Ganz sicher. Und er macht es halt wirklich. Ja. Aua. 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 Was ist das denn? Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ich hab ne Lücke gefunden. Aua. 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 Einfach alle am Strugglen und zwei wirklich nicht. Und? Boxerslap, Boxerslap. Nein! Du wolltest mich schieben du Ehrenmann. Und rein da. Innen kommst du nicht vorbei. Ich bin Liam Lawson, ich komm überall vorbei hin. Guck. Läuf. Hahaha. Hahaha. Läuf. Hahaha. Joga! Joga, was fährst du auch in mich rein? Und rein da. Joga! Hahaha. Joga, was fährst du auch in mich rein? Hahaha. Junge. Ja. Junge. Ja. Junge. Nein! Hahaha. Lol. Hahaha. Komm Mutter, geh an. Ja, ja. Geil. Hahaha. Ich geh noch rein mit, Junge. Hahaha. Hahaha. Ja. Vor Gumball im Ziel. Hahaha. Hahaha. Äh? Hahaha. Sag mal, wo fliegst du mich da hin in der Scheißkurve? Ja, weiß ich hatte auf einmal so runtersteuern, als ich hier ans Gras ging. Genau. Du hast wahrscheinlich kurz die Lenkung aufge... Oh, ich wollte links rüber. Oh, ich wollte rechts rüber. Oh, ich wollte rechts rüber. Alter Gumball. Ich fahr auf deiner Scheißlinie. Hahaha. Und rein doch. Alter, fahr doch. Könnten wir hier bitte nicht Break testen in der Box aus. Ach, doch. Ach, doch. Schieben. Schieben. Oh! Digga, ist das dein Ernst? Sind wir jetzt quit oder wolltest du noch einen? Digga, was für ein Quit, alter? Laber mich nicht voll. Pass on the grass, Junge. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wofür ist du denn hin? Ach du Scheiße, ich hab mich weggenächt. Ich hab einfach 05 zu vorne. Äh, vorne und so. Haha. 05 zu vorne. Und abstellen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war toll, als du dir gerade nicht weggeflogen bist. Das ist ja ein Wunder. Ja, das dachte ich mir auch, als ich die Kontakte irgendwie gehört hab. Ja, weil das Auto auf dem Gras ein bisschen versetzt hat? Ja. Also ist doch deine Schuld. Komm mal, wir warten wieder. Ja. Eng gar nicht dran. Uuuuh. Boah, war das eng. Alter, wer war das, Alter? Ich bin klar für Tore. Hi. Ha, Mann. Hi. Moin. Vergiss das vier Stundenrennen morgen, du musst diese Trainingssession erlegen. Warum hat's? Junge, das ist... Boah, brutale Scheiß. Das ist auch ein Rückspiegel da. Richtig... Ja, scheiß. Ja, scheiß. Kommen gleich dazu und crash die ganze Sache. Ja, wir werden dich dann Jonas nennen. Jonas hämmert ja nur in Wand ein. Oh ne, Janski. Ah, komm mal hier. Okay. Crash ist dann die Wiederauferstehung des Captain Crash. Ach, jetzt kommen da noch zwei neue Spieler dazu. Junge, älte. Jo. Jo. Boah, Janski, das war aber auch knapp. Alter. Ja, was machst du denn davor? In der letzten Kurve. Ah, du. Ähm, Janski, falsche Boxen einfach. Loll. Was hast du denn getan, Alter? Ernst. Was hat er gemacht? Das ist einfach in die alte Boxen, was sie getan. Den Reize wollen einfach abstellen. Jo, ich hab einfach Wheelspin bekommen. Auf einmal ging's rechts an. Das Geile war, ich hab halt genau in diesem Moment auf Leon geschaltet. Nein, 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 nein. Junge, was machst du Excel, Jeffress, Mann? Pass doch auf. Au. Au. Du bist so komplett raus. Du warst da runtergeschaltet, Alter. Au. Äh, Janski? Ja? Ja, ne? Wie bitte? Ich hab gar nicht gesehen, dass du da stehst. Entschuldigung. Was denn? Schlecht bist du denn, Gammal. Was ist eigentlich dieses mittlere Symbol, damit dieser Pumpe oder was da ist? Engine. Naja, die hat schaden. Die Pumpe. Richtiger Autofahrer, Alter. Was macht denn die Pumpe da vorne? Könnt ihr euch jetzt weg hämmern, Alter? Hab ich schon. Loh, Schmidt hat sich... Alter. Alter. Er hat's euch mal angesagt. Gamba, kannst du dich jetzt weg hämmern? Rein bis aus, Mann. Rein bis aus, Mann. Hau ab, Mann. Seine Assi. Die Stimme blöd, Mann. Was ist auch ne Auge? Das ist doch ne Auge. Was ist denn da reißen? Das ist doch beschissen. Das ist doch ne Auge. Das ist doch ne Auge.